Herzlich willkommen bei der Sendung Geld. Einen schönen Abend. Wegen dem Krieg in der Ukraine und der hohen Inflation sind die Anlegerinnen und Anleger momentan einer eigentlichen Belastungsprobe ausgesetzt. Nicht nur geopolitisch hat sich viel verändert, auch für die Investoren präsentiert sich eine neue Ausgangslage, die sie damit klarkommen müssen. Auch aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland dürfte das Wirtschaftswachstum besonders in Europa leiden. In stark gestiegenen Energiepreisen für Rohöl und Gas heizen zusätzlich die Inflation sowohl in Europa als auch in den USA an. Die US Notenbank hat darum einen schnelleren Zinsanstieg in Aussicht gestellt und auch in Europa ist die Zeit der ultra-lockeren Geldpolitik vorbei. Darum fragen sich momentan viele Privatinvestoren, welcher Anlagestil in der momentan schwierigen Marktphase passend und am ehesten erfolgsversprechend ist. Ich begrüsse jetzt Andrea Romer, Kundenberaterin Primer Banking bei der Acrevis Bank. Man sagt oft auch in Krisenzeiten, dass man seine Anlagestrategien nicht einfach über den Haufen werft. Doch jetzt hat sich sehr viel verändert. Geopolitisch haben wir eine andere Ausgangslage, höhere Zinsen, aber auch die Inflation ist plötzlich stark angestiegen. Sollte man jetzt vielleicht doch bei der Anlagestrategie über die Bücher gehen? Ja, also wichtig ist, dass so eine Strategie immer längerfristig ausgerichtet ist und auch auf die persönlichen Verhältnis Rücksicht nimmt. Jetzt muss man dann eben diese Strategie auch bei turbulenteren Zeiten nicht vollumfänglich anpassen. Natürlich ist auch eine breite Diversifikation wichtig, also Titel aus verschiedenen Sektoren, Ländern und Branchen. Und so dürfen wir dann auch in schwierigeren Momenten die Ruhe behalten. Aber welcher Anlagestil ist denn gerade auch in schwierigen Mehrfasen? Wie haben wir es momentan ja gerade erlebt, am ehesten erfolgsversprechend? Ja, also gut diversifizierte Portfolio können sicher gewisse Unruhe abfedern. In der jetzigen Situation helfen Edelmetalle, aber auch Rohstofftitel, am Depot zusätzliche Stabilität zu verleihen. Und so auch gewisse Verluste in anderen Sparten teilweise auszugleichen können. Sollen wir dann in den aktuellen, turbulenten Mehrfasen vielleicht auch eher den Aktienanteil reduzieren und stärker auf Obligationen setzen? Ja, also der Aktienanteil wird immer am Anfang aufgrund der Risikofähigkeit, aber auch der Risikobereitschaft ermittelt. Das heisst, eine Person, die einen höheren Aktienanteil hat, ist finanziell in der Lage, aber sicher auch vom Typ her eine Person, die mit mehr Risiken leben kann und sich das auch bewusst ist. Obligationen sind zudem trotz langsam steigenden Zinsen aufgrund der hohen Inflation immer noch unattraktiv. Wegen Kriege in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland hat die Globalisierung stark gelitten. Der Handel mit dem grössten Land der Welt ist praktisch vollständig eingebrochen. Bereits die Covid-Pandemie hat bei der Globalisierung Rückschritt gebracht. Insbesondere China wurde wegen der Null-Covid-Strategie gegenüber dem Ausland verschlossen. Das ist auch die Folge für viele Schweizer Unternehmen, die stark exportorientiert sind. Zudem kommt es immer wieder zu Lieferengpässe. Gerade die grossen SMI-Werte, beispielsweise Rost, Novartis und Neste, sind sehr stark exportorientiert. Sollen wir in der veränderten Marktlage eher auf kleinere Börsenfirmen setzen, die stärker aufs Inland ausgerichtet sind? Die SMI Mid-Caps haben seit Anfang des Jahres deutlich mehr gebüsst als unsere Bluechips. Natürlich sind auch kleinere oder mittelgrosse Unternehmungen Zulieferer von grossen Exporteuren und merken auch solche Marktveränderungen. Entsprechend muss man hier etwas tiefer gehen und kann das nicht allein auf die Kapitalisierung des Unternehmens stützen. Welche Unternehmen sind ja auch mit Lieferengpässe konfrontiert? Welchen Schlüsse ziehen Sie daraus für Ihre Anlagestrategie? Ja genau, das ist so. Man hat sicher als Unternehmung, aber auch als privater Haushalt gemerkt, wie sich so eine Abhängigkeit gegenüber dem Ausland auswirkt. Man wird da sicher ein bisschen über die Bücher und die Abhängigkeiten, sei das vielleicht auch gegenüber Asien oder Russland, überprüfen. Aber auch hier ist ein breit diversifiziertes Board, der immer so aufgestellt, dass nie alle Titel der gleichen Herausforderungen gleichzeitig betroffen sind. Jetzt haben wir Kriege in der Ukraine. Wir haben steigende Inflation, höhere Zinsen, viele Anleger sind verunsichert. Wie kann man sich auch als Investor schützen? Ja, wichtig ist sicher fundierte Anlageberatung, wo wir persönliche Strategie eruieren. Und dann natürlich auch eine gute Titelselektion, auch mit alternativen Anlagemöglichkeiten, wie zum Beispiel Edelmetall. Und so ist man dann gut gewappnet, dass eben wenn die Finanzmärkte ein bisschen unruhiger sind. Danke für die Einschätzungen, Andrea Rohmer. Schon bald haben wir Sommer und können wieder angenehme Ebene bei milden Temperaturen voraussengenissen. Mit dem Sommer kommen allerdings auch die Sommergewitter, welche die selten Hagel und heftige Blitze und Donnerschläge mit sich bringen. Viele erinnern sich noch mit Bangegefühlen an die Sturm- und Wasserschäden des vergangenen Sommer. Wie schützt man sich optimal vor der Folge von unwahrten Sturm und Hagel? Wir haben Antworten, das nächste Mal wieder hier im «Geld» einen guten Abend.